zu links zu utopisch zu klima zu kaufen die wochentatz die neue linke wochenzeitung immer samstags neu am kiosk guten abend liebes publikum mein name ist jan feddersen ich bin taz talk kurator und heute haben wir einen gast der auf eine unbedingte weise hier im taz talk präsentiert werden sollte das ist der historiker ausstellungsmacher und buchautor andreas schwab herzlich willkommen ja schönen guten abend ich freue mich im hintergrund wirkt wieder mein freund und kollege peter rohrmann er ist der technische dirigent er ist außerdem heute zuschauerinnen ombudsmann ihre fragen die sie uns bitte über taz talk.de einschicken können darauf reagieren wir sofort peter rohrmann leitet sie weiter sie wissen dass wir geiz verabscheuen das bedeutet dieses format wird ermöglicht über tatsächlich spenden sie großzügig also kommen sie gar nicht erst mit cent beträgen alles macht uns glücklich und wir sind eben auch nicht nur ehrenamtlich organisiert andrea schwab und ich kenne uns schon lange deswegen sind wir im folgenden des talks auch per du es wäre ja ganz albern jetzt zu so einer seltsamen sie form zu finden er sitzt übrigens gerade in bern also in dem in der großen agentur könnte man sagen der ausstellungsmacherei da habe ich ihn auch mal kennengelernt ich glaube das ist irgendwie 15 jahre her oder vielleicht 20 da ging 20 genau das ging um eine 68er ausstellung und und wir beide hatten schon mal ein taz talk das war wie wir im vorgespräch ermittelt haben im herbst glaube ich 21 und da ging es um die magischen orte ich muss mal kurz nachgucken zeit der aussteiger eine reise zu den künstlerkolonien von barbison bis monte verità das ist in ascona in der schweiz ein großer sehnsuchts ort auch noch der glamourösen welten der 50er 60er jahre und jetzt hat er ein buch vorgelegt quasi so ist meine these als fortsetzung freiheit rausch und schwarze katzen eine geschichte der bohem und ich bin ja immer so ein bisschen in der sendung mit der maushaltung wenn ich was nicht verstehe frage ich erstmal grundsätzlich andreas was ist bohem ja die bohem würde ich sagen sind die künstler die um so 1850 sich entstehen und in die städte gehen und die sagen das bürgerliche leben ist nicht unbedingt was für mich die sich als gewollte außenseiter verstehen und auch inszenieren und es fängt 1850 so circa in paris an und diffundiert dann in viele andere städte das heißt setze ich in die städte fort paris hauptstadt des 19 jahrhunderts wie man so sagt als in paris wird entschieden was geht und was nicht geht also so die ganzen do's und don'ts wie man heutzutage sagen würde was war denn da genau im mitten im 19 jahrhundert als woher kamen diese bohemia und bohemien was speisten die sich aus dem in die fabriken strömenden proletariate vom land oder kamen sie ohnehin schon aus bürgerlichen kreisen und was meint dieses eigentlich erzähl mal näher dieses sie wollten mit den bürgerlichen lebensstilen nicht mehr kongruent gehen ja es kann viele kamen vom land also balzac ist ein typisches beispiel er kommt nach paris und in paris der berühmte französische autor honoré de balzac ja genau und der kommt nach paris und muss sich irgendwie durchsetzen und er merkt es ist schwierig es gibt ganz viele andere er kann schlecht was verdienen und wie setzt man sich als mensch in einer großstadt durch und diese großstadt ist enorm turbulent sie wächst ständig es werden ständig felder überbaut es kommen dann straßen waren also es ist eine turbulente zeit und menschen kommen von irgendwo her von den grenzen oder von wo weiß ich nach paris und wollen sich durchsetzen es war hauptsächlich männer voran die dann künstler werden wollen und die suchten dann irgendwie in paris ein neues lebensmodell sie sie emanzipierten sich gewissermaßen von diesen wirklichen vorstellungen von wohl anständigkeit von gereichtum von streben nach geld aber trotzdem suchen sie natürlich nach rum sie suchen irgendwann individualistischen lebensstil er sie loslöste von diesen gesellschaftlichen beschränkungen und sie wollten vielleicht auch nicht arbeiten von neun von neun bis fünf es sie wollten andere gehen führen oder gar keine gehen und polyamoröse beziehungen alles von dem her sie stellten in frage was zu dieser zeit so der kommensens war aber man muss sagen es waren außenseiter es war nicht der breite also das jetzt alles gemacht hätten so würde ich nicht sagen sie wollten berühmt werden also war das nicht im bürgerlichen lebenskonzept selbst schon angelegt dass man natürlich auch über wohlhabenheit immer berühmter wurde es gibt ja große bürgerliche dynastien was unterschied diesen begriff der bohemia von der berühmtheit von dem der sagen wir da aufstrebenden bürgerlichen klassen ob es war auch eine eine antihaltung sie wollten auch berühmt werden aber sie wollten mit dem berühmt werden nach ihrem eigenen bus zu also sie wollten erfahren dass sie sich selbst ausdrücken können sie sie beschimpfen ja auch die anderen das gehört ja auch dazu dass sie sich besser wählen und dass sie glauben ein besseres leben so zu erreichen und und sie haben natürlich auch dann schon wenn sie teilweise wirklich arm waren haben sie auch das armut idealisiert also armut galt dann plötzlich als etwas erstrebenswertes also ein künstler muss in einer dachkammer leben er muss ein bisschen fliehen und 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 dann kann er auch ein gutes werk schaffen und wenn er dann mal was geschaffen hat dann lehnt er alle seine Freunde an und sie machen ein mythos der bohemia also sie sie inszenieren sich als als absolute idealisten die sich der sache eben auch opfern also das heißt das war kein lebensentwurf nine to five also wie das ja in dem pop song der us amerikanischen philosophischen dolly parton heißt sondern es war eigentlich ein leben five to nine also all night long so könnte man sagen also das heißt die große magie der nacht war ihnen genehm ja die große magie der nacht war ihnen genehm und auch der rausch war ihnen genehm also sie suchten eigentlich die übertren um sie sie waren dem alkohol zu geneigte es gab ja eine große bewegung habe ich auch darüber geschrieben den absennt der dann überall getrunken wurde und das war ja nicht absennt waren gefährlich und und gerade deshalb war interessant erlaubt eine grenzübertretung opium also alle allerlei drogen ist ihnen darum in ekstase zu kommen und das brachte sie auch im gegensatz wiesenden wirklichen vorstellungen von anständigkeit von es gab ja eine abstinenzbewegung und die bohem war der abstinenzbewegung vollkommen entgegengesetzt was wenn du sagst sie kritisierten inständig also die wohl anständigen bürgerlichen kreise das sind ja künstlerische motive bis in unsere heutigen tage hinein aber sprich jetzt mal oder rekapitulieren stand einer recherche also aus dem 19 jahrhundert was hatten sie denn an den wohl anständigen bürgern und bürgerinnen auszusetzen also was nervte sie denn da ich glaube es nervte sie so dieses eingepasst sein ist so sie waren ja nicht wahnsinnig politisch an sie wollten jetzt nicht unbedingt wie karl marx die revolution des proletariats war ihnen alles aber genauso suspekt war ihnen ein bisschen so diese wirkliche doppelmoral also dass man beispielsweise eine ehe eingeht und gegen außen ist als perfekt aber der mann hat dann noch mätressen und und für sie war diese doppelmoral ganz ganz schlimm und für die frauen dann war auch franziska zu reden wo beispielsweise war eine art befreiung man wollte sich emanzipieren von diesen bürgerlichen formen der der ehe und und wie sich eine frau zu verhalten hat und für die frau und eben die bohem extrem gute rollen modelle welche nämlich das rollen modell eines einer person die sich nicht einpassen lässt in die konvention also franziska zu revendlo ist ein wahnsinnig gutes beispiel sie in münchen ab so 1900 hat sie dann sehr sehr also wilde männer geschichten hat drei expedition gelebt in einer wg gelebt und hat dann später ab 1908 das ohne auch normale geschrieben und das ist ein lebensmodell sie sagt dann eine frau muss sich auch aushalten lassen können die ragines oder ätheren also man sie wendet sich gegen die frauen bewegung weil die sagt dass das macht nur die frauen zu nennen aber sie möchte eine sinnliche frau sein eine frau mit kind eine frau die selbstbestimmt ihre liebhaber auswählt und das ist ein attraktives rollen modell für eine frau dass ich würde sagen ganz ganz wenige frauen derzeit haben das überhaupt gekonnt aber das ist ein rollen modell für eine frau dass der klassischen frauenbewegung entgegengesetzt ich wollte noch ein bisschen weiterfahren ich wollte sagen das war natürlich nur ein rollen modell andere frauen wurden natürlich auch als musen dann dargestellt und eine muse ist natürlich was ganz anderes dass frauen wurden von männern auch oft abgewertet als als personen die eigentlich gute kehrarbeit leistung konnten die helfen konnten die die auch projektionsflächen darstellten aber die dann letztlich als künstlerin nicht für voll genommen wurden und auch franziska zu reventlow und viele hatten mit denen zu kämpfen dass sie eigentlich sehr sehr frei leben konnten viel freier als die meisten aber dass sie dann trotzdem nicht voll akzeptiert wurden und beispielsweise nie die höchsten höhen der literatur erklimmen konnten und das ist vielleicht auch also einfach dass sie die großen bestseller schrieben oder dass sie voll anerkannt waren glaube ich ist der kanon ist sich jetzt am ändern aber aber ich würde sagen die die großen romane des 19 jahrhunderts gibt es ganz wenige von frauen und dass je später es ist umso mehr können die frauen sich als künstlerinnen behaupten 1850 beispielsweise in meinem buch hatte ich ich habe ja gesucht überall habe ich nach frauen gesucht 1850 ist ganz ganz schwer künstlerinnen zu finden oder schwerer und um 1900 gibt schon mehr und wenn ich weiter gemacht hätte in 20 30 jahren gäbe es noch mehr man das bereits erste konzepte heutzutage ja auch feministisch angehauchter selbstverwirklichung spielte das in der bohem in der weiblichen bohem als selbstwahrnehmung eine rolle ja ich glaube schon es spielt eine rolle die selbstverwirklichung also dass eine frau selbst wählt wen sie zum liebhaber macht dass eine frau lieber übersetzt oder dass seine anstatt irgendwie abhängig von einem mann zu sein das spielte schon auch eine eine weibliche selbstermächtigung eine rolle und und die frauen mussten sich halt sehr sehr stark auch gegen widerstände durchsetzen und ich habe gezeigt für manche ist es dann gut gegangen die konnten sich durchsetzen es gab natürlich auch welche die sind verbrochen unter diesem egoism der männer die dann sie halt nutzen aber letztlich auch fallen ist wenn ich das mal so praktisch also nach der einführung der pille frühe 60er jahre oder auch nach bekannt werden der pandemie aids in den seit den frühen 80er jahren des vorigen jahrhunderts anmerken darf wenn das ein ausschweifendes exzessorientiertes sinnliches bohemistisches leben war ich unterstelle mal dass die männer in der regel an verhütung nicht gedacht haben wie haben das denn frauen gemacht ja es gab natürlich auch ungewollte kinder ich würde sagen die frauen haben einfach ja auf ihren zyklus geachtet es wurde auch abgetrieben ist es war halt so ja es gab noch wenige möglichkeiten wobei emil soler nana beispielsweise die hatte dann ein kind und dieses kind hat sie dann einfach bei jemandem untergebracht und hat dann weiter gemacht als es gab es gab alle möglichkeiten wie erklärst du dir es gab ja auch davon liest man in deinem buch ja auch auch unglücke oder einfach auch gescheiterte bohemistische biografien und dennoch ist dieses lebensmodell wahnsinnig attraktiv geworden und geblieben also so auch gerade was du eben schildert ist mit der armut die denn so ein bisschen prosaisch veredelt wurde also fast ins elysische gehoben dass also erst armut das lernt man schön durch dein buch dass armut eigentlich dazu beiträgt die gedanken reinlich zu halten um da richtig fundamental in die grundsätzlichkeiten des lebens vorzudringen ist das so ähnlich wie das chris christopherson der us amerikanische singer songwriter in den siebziger jahren gesanglich begründet hat freedoms just another word for nothing left to lose ja das ist ein bisschen komplizierte frage ich ich würde schon sagen dass ich stelle die frage noch mal ich muss muss also ist das nicht so dass im grunde genommen dieses modell wir sind arm und damit edel und gut und auch politisch wahnsinnig wacht dass sich so ein modell also dieses narrativ bohemistischer klarheit weitgehend bis heute gehalten hat ja ich glaube das hat sich gehalten und es gibt diesen mythos dass das nur wahre kunst entsteht aus leiden und und wer sich dann hier durchschlägt kann in die höchsten höhe erklimmen das ist natürlich ein mythos und und das haben sie schon damals gespürt aber gleichzeitig glaube ich stimmt es eben auch wenn du voll immer mitschwimmst im strom kommst du nie in diese distanz position wo du auch gut schreiben kannst ich glaube nicht die besten schriftstellers sind nicht unbedingt die die überall immer mitgemacht haben also du brauchst eine gewisse distanz und 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 durch diese distanz das schärft dein blick und dann kannst du vielleicht was drüber schreiben oder drüber ein kunstwerk drüber machen sagen wir du beschreibst ja die orte auch der bohemistischen gesellung also man könnte sagen die kremmels der bohem wir kennen das ja aus vielen großstädten also in zürich hatte das auch mal in zürich denn ganz und gar wohlhabend wurde lenin war in zürich und wir kennen das natürlich aus berlin aus hamburg münchen bin ich mir gar nicht so sicher aber seit wann gibt es diese cafés diese zentralen orte the places to be ja also in paris gab es die schon zur aufklärungszeit schon schon so und diese also wollte er verkehrten cafés das café gewinnt im 19 jahrhundert eine größere bedeutung weil zeitungen kommen auf die welt globalisiert sich und im café kommt eigentlich die welt hinein also das sieht immer gleich aus aber die krisen in der welt wechseln und man man liest dann man kann ganze tage dort verbringen und dieses café haus modell wird so 1850er bis jahre bis 1900 wird immer attraktiver und die literaten verbringen dort ganze nacht und tage und abende und trinken dann zusammen also es gibt so ein mythos dieses cafés und das hat damit zu tun dass man man ist ja einsam als künstlerin als künstler aber im café hat man die illusion man ist nicht ganz so einsam schildert das mal also das würde mich mal wirklich interessieren wie zum beispiel ist in berlin ein solcher tempel der verständigung der bohem entstanden also ich schreibe ja ein zwei kapitel über das schwarze vertel in berlin und das war jetzt nicht wirklich eine wahnsinnig interessante kneipe man muss sich das sehr klein vorstellen gab dann aber 900 verschiedene schnäpse und das sind dann schaddemel und august strindberg und munsch und und ganz viele andere sind dahin gegangen und sie haben sich getroffen sie haben gitarre gespielt sie haben gesungen und es gab dann so ein leben also man gehörte dazu so eine art inner circle und muss man sich jetzt nicht vorstellen dass sie wirklich freunde gewesen wären aber sie kannten sich sie haben immer beobachtet wer was macht und wenn man viel erfolg hatte war es auch nicht recht und wenn einer was schlechtes gemacht hat haben alles über gelästert also es war so nicht unähnlich zu heute diesen szenen würde ich sagen und und da sind dann diese männer und frauen wie zusammen und die bilden auch so eine eine markengemeinschaft weil es ist da habe ich geschrieben das müssen widersprüchlich einerseits möchte der bohem der bohemian die bohemian möchte vollkommen einzigartig sein allein gleichzeitig ist es so unglaublich schwierig in einer großstadt sich durchzusetzen also macht man besser ein zirkel und im zirkel ist es ein bisschen einfacher hat man so ein bisschen innere wärme gibt man sich nur das problem ist halt dass man im zirkel dann auch nicht mehr so einzigartig ist und und das ist der widerspruch und dann gibt es so abspaltungen heresie in einer macht einen zirkel und geht dann der nächste gründen weiter und und so weiter als bilden sich gemeinsames dingen wie andreas das will ich gerade noch mal zu einem lob bündeln also ein lob deines buches es ist nämlich wirklich auch eine sehr realistische sitten und damit abhängigkeitsgeschichte dieser zirkel voneinander also die bohem ist mitnichten ein großes freundschafts dorado sondern das ist eigentlich ein schlangennest kann man das so sagen ja ich glaube das ist ein schlangennest denke ich also nicht so dass jetzt alles böse menschen gewesen wäre natürlich aber aber es ist natürlich so wenn wenn der platz und wir haben jetzt wollen gelernt der ruhm ist ebenso wichtig wie das geld da wenn der platz zum ruhm ist eben nicht jedem vergönnt und aber jeder gibt sich gleich viel mühe oder möchte dahin kommen aber einigen gelingt ist wahnsinnig gut und trifft zeitgeschmack vielleicht und und andere haben eben nicht diese chance und das ist vielleicht auch so was was man heute lernen kann dass man irgendwie man ist gemeinsam und trotzdem allein und es ist schwierig sich dort durchzusetzen man hat gemeinsame anliegen aber sie sind trotzdem nicht zu 100 prozent deckungsgleich also das was wir in den kulturellen szenen offenbar heute haben also das also auch die ganzen sozialen wirkmechanismen könnte man sagen wenn man das so gut soziologisch kulturell historisch anguckt ist es eigentlich nur neuer wahl in den alten schläuchen so ja ich habe mich schon auch immer gefühlt also auch wenn man jetzt sieht wie sie zum beispiel politisch positionieren diese menschen oder also dass es dann strömungen und gegenströmungen gibt dass man eine provokation setzen muss um gehört zu werden dass das finde ich ist ähnlich aber gleichzeitig glaube ich dass das bürgerliche kostet deutlich regierbar dass es war viel viel schwieriger sich schon nur irgendwie offen zu einer freien liebe zu bekennen er konnte man häufig nur verklausulierten romanen es gab das kombinat oder was dann später als gekommen ist also sie haben eigentlich auch manchmal mit schwärzen haben sie was eben angefangen was dann so ab den 1960er jahren halt ich studiert ist und heute ist es halt eines also positiv ausgedrückt ist es heute irgendwie viel freier glaube ich trotzdem im westen negativ ausgedrückt ist natürlich das provokationspotenzial ist vermindert also das muss denn schon so richtig antisemitisches vollschusskaliber sein wie bei der documenta damit man als künstler überhaupt noch aufmerksamkeit generiert ist das nach dem nach deinen beobachtungen heute so also ja und aber gab es ja natürlich auch schon damals ganz viel antisemitismus ja nicht so dass da alles ganz ganz gut gewesen ist aber was man heute nicht mehr so leicht kann ist sagen wir mit homosexualität oder mit dem homosexuellen beziehungen also da ist einfach oder auch mit sekal kunst mit nacktheit all diese trigger themen um 1900 sind heute eigentlich wie das ist gegessen ich glaube das ist durch und das interessiert so nicht also damit das so das waren motoren der bürgerlichen emanzipation von den eigenen verklemmungen und das ist heute eigentlich trivial so ne ja oder interessiert so also so könntest du nicht mehr es würde nicht mehr als die provokation gelesen die es vielleicht um 1900 war aber dass man heute natürlich mit abstrusen politischen forderungen oder ideen natürlich nach wie vor produzieren kann und das auch schon 1900 gemacht wurde das glaube ich schon auch aber ich ich sehe ja auch nicht jetzt alles was die da geschrieben haben als wahnsinnig positiven fortschritt also es gab dann sehr sehr merkwürdige gestalten die dann über sich im ersten welk für den kling war also ich sehe das nicht dass das da einfach ein modell entsteht und jetzt tieflos alles gut ist dann bis heute gekommen sondern man muss da schon unterscheiden dazu kommen wir gleich noch also auch zur wenn man so will zur welt wahrnehmung in eigener sache zur tat hin also dass man unbedingt der zukunft entgegen auch attentistisch sich begegnen will noch mal eine andere frage vorher um das 19 jahrhundert noch mal so ein bisschen noch ein bisschen näher zu beleuchten du beschreibst ja am beispiel von ganz vielen stars du hast schon unsere balzac emisola genannt viele andere werden bei dir im buch geschildert in ihren lebenswegen das sind die stars die man den so historisch überliefert aber gab es eigentlich auch genau wie heute also diese ganzen heerscharen an ambitionierten künstlern und künstlerinnen dies aber eben nicht zur prominenz brachten und so schlicht untergreifend zum kulturellen prekariat zählten ja das gab es also ich beschreibe beispielsweise laura marholm das war so eine provokative frau die die so thesen in strindberg manier gemacht hat dass das frauen den männern nicht ebenbürtig seien und sie hat dann ihren mann sehr stark gefördert und einiges sie dann hatte sie ein bestseller ein nächstes druck ist noch ein bisschen gelaufen und ab 1900 war sie in psychiatrien hat alkoholprobleme gehabt und hat extremistische politische positionen vertreten und ich wollte eigentlich im buch auch solche menschen genauso schildern wie eigentlich mehr als munsch und und balzac und sola also mich hat auch das scheitern interessiert weil ich denke scheitern ist eben viel schichtiger als als erfolge ist immer einfach aber scheitern kann man auch sagen ist es jetzt gescheitert nur weil sie drei bücher geschrieben hat und 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 dann vergessen gegangen ist immerhin hat sie was geschaffen viele andere haben gar nichts geschaffen also ich hatte eigentlich auch eine liebe zu diesen außenseiten figuren in meinem buch und ich habe versucht also ich versuchte gleich viele frauen wie männer zu nehmen und ich versuchte nicht nur berühmtheiten es ging mir auch eben genau um diese Außenseiter die es nie zum mainstream geschafft haben und und auch jenny von paris habe ich ja beschrieben und der hat schon in diesem argot von moma hat ihren gedichte gemacht ich musste mir das auch übersetzen lassen oder hat mir jemand geholfen und und ich denke der ist sind vielleicht auch nicht wahnsinnig gut aber ich finde halt was er sagt sie nicht trotzdem interessant und mich schon beim angefangen bei monteverita haben mich auch immer diese menschen interessiert weil zu zu den stars gibt es einfach schon gibt es schon genug anderes und es ging eigentlich auch darum diese diese außenseiter biografie ein bisschen zu beleuchten monteverita hattest du eben denn wieder eingeführt das finde ich sehr spannend meine nächste frage dreht sich nämlich auch genau um diese kolonien der künstler und künstlerin worps wedel also skagen an der nordspitze dänemarks fällt mir dazu auch noch ein aber natürlich monteverita viele viele andere orte die was waren das eigentlich für refugien also im kontext der großen metropolen auf brüchigkeit waren das sommerfrischen waren das andere catwalks waren das so neben vatikane der bohemistischen wenn man so will bewegung also meine tete ist jetzt im vorsten buch war natürlich dass das war auch im besten dass diese leute dahin gegangen sind wo sie niemanden kann und dann haben sie ja trotzdem in den galerien in den städten verkauft sie ihre verlagshäuser auch in den städten also sie gingen aufs land und sie haben dort auch wie ein neues lebensmodell gehabt sie waren nicht sozial unter kontrolle aber waren eigentlich hin zu stadt orientiert und ich habe im buch zu versuch zu zeigen dass von capri taormina bis kagen bis durch ganz europa diese aussteiger orte waren und die leute auch gewechselt sind das habe ich im alten buch versucht zu zeigen und jetzt habe ich eigentlich das gegen buch geschrieben habe ich gezeigt die leute die in den städten geblieben sind dass die also ich habe es jetzt nicht mehr nach orten strukturiert sondern stärker nach so allgemein gefühlen aber die these ist eigentlich so was suchen die leute in diesen großstädten das also für mich wie du es einmal gesagt hast sind es zwei komplementäre bücher die eigentlich zusammenpassen eines zeigt ihr das land und das andere zeigt ihr die stadt ich erinnere mich an eine alte auseinandersetzung ich glaube in meinen kontexten wie man so sagt vor 20 25 jahren und ich kenne das aber natürlich sozial über meine eigene wenn man so will bildungsgeschichte hinaus aufs land hat die deutsche philosophin katja elbstein mal gesungen und das war eine große alternativbewegung die taz speist sich ganz wesentlich über land kommunen und das war eine große sehnsucht aber ist es nicht in wahrheit so also wer nicht einsam sein will also wenn eine chance haben will halbwegs interessante leute kennenzulernen ist doch besser bedient in die stadt zu gehen also da kann man zwar auch absaufen aber im zweifelsfall kann man da besser schwimmen lernen oder ja ich würde auch sagen es gibt ja so älter lastige schüler habe ich aufgeschrieben die möchte ja nach wubswede gehen sie 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 nähren sich in die stadt ist hier zu laut zu hektisch und schreibt immer davor und geht aber nie und das finde ich interessant weil offenbar sie es nicht schafft und dann geht sie einmal zu franz mark aber fühlt sich dann trotzdem nicht wohl und geht wieder nach berlin zurück und dann 1933 wird sie vertrieben und dann muss sie aber freiwillig wäre sie nicht gegangen und ich finde es schon auch interessant weil man sagt ja stadtluft macht frei und ich glaube sie die land also die der künstlerkolomien sind insofern nicht anders weil das sind ja nicht leute die irgendwie in einem dorf bleiben wo sie aufgewachsen sind wo jeder sie kennt sondern sie gehen an einen ort wo sie vielleicht die sprache gar nicht gut sprechen sie wie heute erasmus studenten bewegen sie sich unter ihresgleichen mehr als dass sie sich wirklich zusammentun mit mit den einheimischen und in der stadt ist natürlich auch so sie reden da nicht mit den arbeitenden sozialdemokratischen proletariern sondern sie in gewisser weise ist es auch eine blasenbildung in den städten aber man hat viel mehr bling bling man hat viel mehr glam und es ist interessanter und wir wissen ja historisch da habe ich meine vergleichende untersuchung aus norwegen gelesen was waren denn alte leute jenseits des 55 lebensjahres entweder an krankheiten gestorben oder sie waren in sonstiger hinsicht tot und wenn sie noch lebten kamen sie ins austragshäusel und mussten darauf hoffen dass sie im winter nicht von einer lawine getroffen werden also da ist doch auf jeden fall ein leben in der stadt verheißungsvoller ja ich würde auch sagen die städte sind extrem verheißungsvoll weil die städte eben genau diesen diesen glanz bieten es gibt mehrere theater es gibt die salons es gibt diese cafés und die städte sind was wo man sich auch rein kann wo man wie was findet was man anderswo nicht findet und man muss wissen dass die städte also berlin ist ganz typisch dass das eigentlich man ja praktisch unverbundene dörfer und dann wächst es in 30 40 jahren zusammen also das ist auch eine ungeheure dynamik drin die man heute vom bauen her nicht mehr in dieser weise kennt aber aber so auch eine dynamik vielleicht des lebens die ist also das trindberg sagt das telegramm ist das neue ideal kein nur doch ganz kurz schreiben also romanen in drei bänden und rahmen fünf akten das ist vorbei wir müssen schnell werden und das ist so eine eine lebensstil werden heute eigentlich würde ich sagen auch noch ist also ich habe mich erinnert dass ich noch praktisch auf schreibmaschine oder computer was geschrieben habe oder computer waren ganz ganz selten dann kam das iphone iphone und so weiter also unglaubliche technologische war bis zu kai heute und damals hat man auch sehr starken technologischen wandel und deshalb würde ich sagen ist es halt eine ich habe es versucht hin auch auf die gegenwart zu schreiben um diese parallel mal darzustellen ja dass die dieses übergroße tempo ist ein großes großes thema bei der bei vielen schriftstellern der bohemistisch orientiert gewesen man dann die die großen medizinischen diagnostiken hysterie also alles wird jetzt elektrisch und inklusive aller möglichen fantasien dass der mensch jetzt verdinglicht wird und dass er sich verliert und dass eigentlich keine eigene entscheidungsgewalt habe dass das kenne ich aus deinen büchern aber das kenne ich auch aus vielen anderen zeit diagnostiken das ist eigentlich heute auch wieder in der befund und ich frage mich ja und also ich rede jetzt als politiker das finde ich auch gefährlich also vielleicht dieses decadence thema man sagt das ist ohnehin zugrunde es lohnt sich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel zu machen und am besten kommt es zum großen knall oder es lohnt sich nicht mehr dieses lebensmodell überhaupt zu verteidigen dieses defatistische das vielleicht merkt man das dem buch an da bin ich kritischer und ich bin näher angenehmer weise steht das da genau ich bin näher bei den menschen die wie was das mitgefühl mit den schwächeren beispielsweise pflegen und es gab solche wie an amoralisch wedekind ist zum beispiel wedekind vielleicht merkt man es im buch nicht so aber der ist mir nicht so sympathisch weil er relativ herabschaut auch gegen 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 die schwächeren und es gibt auch andere die dann das nicht einfach zum ziel nehmen und sich darüber lustig zu machen also ich mag nicht so wenn sie allzu amoralisch werden weil das sind dann manchmal die die wie wedekind auch den weltkrieg plötzlich begrüßen weil er die großen individualismen dann wieder vereint und da werde ich dann auch skeptisch also so also ich wollte es nicht zu sehr zeigen ich bin deskriptiv geblieben aber ich meine sympathie ist eher bei den wie ich ja auch bei den sozialdemokratisch oder den leuten die das mitgefühl noch haben weil es gibt eine tendenz und individualisierung die sich dann selbst für die größen hält bis hin zu einem führerprinzip und mit ist da ein urfahrt und da das da gehe ich nicht mit und dennoch ist dieses bohemistische lebensmodell dieses in cafés rumsitzen zeitung lesen das hat denn nur jeweils materiell andere ausprägungen in der kneipe rumstehen und bei frauen auch in cafés ist ja wahnsinnig idolisch geworden ist ja interessant dass die bohem eigentlich damit anfing also so mit bestimmten modernen daseins form aus der enge raus aber dass eigentlich die proletarischen schichten sofern noch etwas zeitbudget übrig blieb dem gerne folgten das finde ich sehr interessant dass das wenn ich nicht unbedingt ich glaube eben nicht dass sie gefolgt sind weil sagen wir mal die unbegrenzte arbeit du arbeitest 24 stunden immer auch mit der nacht das ist eine entgrenzte arbeit keine keine fixen löhne mehr und und selbstbestimmt und du gehst mit latte marciato irgendeine kneipe oder in eine bar und schreibst dann dein ding für ihren auftraggeber ich glaube dass das ist ein bohemischer traum der in berlin gelebt wird aber ich glaube eigentlich nicht dass das für die mehrheit der leute interessant ist also ist lustigerweise gerade die arbeitsvorstellungen sind eben nicht diffundiert die leute mögen nach wie vor ihre fixen jobs und 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 ich finde es eigentlich auch gut weil weil sagen wir alle würden einfach so arbeiten wie wie die wildesten künstler dass das wird aber zu selbst ausbeutung führen wie hast du andreas recherchiert also du hattest ja dass deine reform bewegungs kleine orte monte verita buch geschrieben und jetzt sollte quasi ein komplementäres buch entstehen eben freiheit rausch und schwarze katzen wie bist du da genau vorgegangen bist du in deiner alten quellen gegangen und das gesagt jetzt kuget die noch mal unter diesem aspekt durch wie hast du ja ich bin bin also ich habe natürlich ich glaube anfänger als wenn ich das nicht schon 20 jahre machen würde könnte man nicht in zwei jahren so ein buch schreiben weil es ist eine riesen leseleistung und man muss ein gewisses vorverständnis haben vielleicht schon eine these damit man überhaupt schnell genug ist weil ich habe ja nicht noch drei assistenten und assistentinnen die wir dann material zu tragen also ich muss das alles selbst erarbeiten und ich bin eigentlich so vorgegangen dass ich häufig einfach mal sowie die wichtigsten standardwerke vielleicht gelesen habe mir die themen ausgeschrieben habe vieles habe ich auch schon gekannt und dann habe ich personen identifiziert und und dann bin ich denen nachgegangen das ziel war halte sich zu allen oder möglichst allen noch was findet das man vielleicht nicht so findet also ich bin ein bisschen meiner neigung gefolgt habe ein bisschen werden lesen gemacht und und bin auf die suche gegangen aber es ist logisch ich habe jetzt 16 hauptpersonen man hätte vielleicht auch zehn andere nehmen können und es wäre ähnliches buch geworden das ist mir auch klar aber es war so eine ein auf eine forschungsfreude sich wie was gesucht habe und dann häufig auch gefunden und das interessante ist halt dass es viel einfacher geworden ist weil bücher vor 1950 sind häufig einfach findest du im netz gemeinfrei archiv.org habe spieles gelesen gutenberg habe ich spieles gelesen also ich musste nicht mehr so viel reisen und die schweiz hat jetzt so neues bibliothekssystem also ich kann für sechs franken jedes buch das sind das sind das in der schweiz gibt zu mir noch praktisch zu mir in die bibliothek bestellen und das habe ich gemacht also ich hatte meistens 20 bücher ausgeliehen das eigentlich hat mir das spaß gemacht wann hast du aufgehört also ich meine jetzt so von der zäsur war das wieder mit beginn des ersten weltkriegs ja ich habe zuerst dachte ich möchte noch die zwanziger jahre schreiben aber es wäre wie auch ein bisschen zu viel geworden es kommt dann neue bewegungen hinzu politisch wird es komplexer politisch und ich habe dann gedacht vielleicht ist halt diese frühere form auch interessant genug und und vieles auch noch weniger bekannt ich höre mal ich hatte im krieg das habe ich auch noch geschrieben bis 1918 aber danach ursprünglich habe ich gedacht ich mache noch ein bisschen weiter und wollte sogar noch was über berlin der 1990er und so da habe ich gedacht irgendwie muss ich den leuten das nicht auch noch erklären dass das ist zu viel und ich bin auch glaube ich froh dass ich 1914 aufgehört habe aus meinem dasein in als langjähriger redakteur der tageszeitung taz weiß ich dass eigentlich gemeinhin gedacht wird die bohem also später vielleicht könnte man sagen so die hippies also selbst in einem volkstümlichen sinne das seien eigentlich politisch zuverlässige leute sie war das bei der bohem so ein bisschen hattest du vorhin angedeutet der des 19 jahrhunderts wie ging es da im frühen 20 jahrhundert weiter konnte man sich auf die bohem als alliierte zum beispiel der arbeiterbewegung verlassen nein ich würde eben sagen die die bohemiens zeichneten sich auch gerade durch eine gewisse unzuverlässigkeit aus ihnen war irgendwie wichtig ihres individualismus auch zu leben sie waren für karl marx eigentlich nicht wirklich zurechnungsfähig er sah in ihnen nicht ein positives element der geschichte weil die bohemiens einst unverbunden waren und die bohemiens stellten sich dann häufig gegen sozialdemokratische fortschrittsideen weil sie angst hatten dass eine zukünftige revolution ihr leben kaputt wachen würde und es gab dann halt auch bohemiens die dann mit wirklich ressentiments sympathisierten zum beispiel ja zum beispiel antisemitische thesen dass sie sich dort profilierten und das ist einfach ich glaube sie war nicht voll verlässlich und 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 das kommt mich bringt mich zur these dass eben vielleicht nicht die bohemiens oder die wildsten künstler die besten politiker sind sondern dass die politik ein bisschen langweiliger sein müsste und die kunst umso freier das ist vielleicht eine quintessenz weil weil einfach also karl marx hat halt gemeint sie sind nicht wirklich zuverlässig und er hat immer auch angst gehabt und hat sich später auch teilweise bestätigt dass genau diese leute eigentlich dann ist für rechte parteien beispielsweise sich das plötzlich aneignen könnten und sich dort in erfüllung ihre erfüllung sehen können und die expressionistischen dichter der 20er jahren gibt es eben nicht wenige die sehr bohemiähaft angefangen haben und dann in richtung ms gehen und 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 deshalb würde ich ihnen nicht die volle zuverlässigkeit bei denen sehen ich wollte das nicht mehr schreiben so in 20 jahren haben man sieht dann an mehreren beispielen dass dann diese leute sich vollkommen verirren können ein zuschauer fragt domi mir kommt es so vor schreibt er dass dieser lebensstil den du beschreibst also vor allen dingen dieser lebensstil wie er meint der generation y soweit ich das beurteilen kann für einen großteil zu einem ideal geworden ist kann man das deiner ansicht nach sagen ja ich glaube ich habe ich glaube der lebensstil so freie liebe selbstbestimmt selbstverwirklichung sich das glaube ich ja was ich nicht glaube also es hat ja die digitale bohema so sascha lobhoff holm friebe so dass die haben das sehr stark propagiert eine gewisse zeit aber eigentlich ist es versandet und ich würde sagen es ist versandet weil es eben für nicht für die künstler ist es nach wie vor gut aber für die mehrheit der leute ist eben nicht erstrebenswert gewohnt ist deshalb würde ich eher eine differenzierte antwort geben ja ich würde die these außerdem beifügen dass natürlich ein großteil jener menschen die sascha lobhoff mit 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 seiner digitalen bohem meinte da hängen jetzt auch noch viele andere dran dass die eigentlich ganz wesentlich von staatlichen alimentationen in form von kultur förderung abhängig sind also dass das eigentlich gab das das eigentlich im 19 jahrhundert auch schon dass der staat kultur förderte so projekte würde ich sagen gab es aber weniger als die skandinavier und deshalb kommen sehr viele in meinem buch vor hatten am ehesten noch dieses art stipenden im modell da gab es so diese stipendien ein halbes jahr italien oder halbes jahr berlin etwa und man bekam dann was munich ist so gekommen beispielsweise wir dürfen nach paris gehen dort nach berlin gehen für die skandinavien ja und deshalb gibt es viele von denen aber sonst ist natürlich diese art man lebt nur noch in projekten oder so weiß ich nicht genau ob das vergleichbar ist das steht so nicht in deinem buch aber kannst du erinnern ob dir historisch in deinen quellen das wort projekt mal begegnet ist das bin ich jetzt überfragt weiß ich nicht ja aber es geht natürlich wirklich auch also das ist eine gegenwärtsparallele man möchte das nächste buch das nächste theaterstück die nächste aussage man will das noch schaffen und dann macht man es in einer anderen stadt und munich der geht ja eigentlich von von stadt zu stadt und und versucht sich dann und sein stil durchzusetzen das das ist nicht unähnlich zu heute und er findet dann ganz viele nachahmen und andere finden natürlich dann haben auch irgendwie berührende werke gemacht und mich haben die auch interessiert aber die leute interessieren sich nicht so stark dafür sofern sich die bohem mit einem selbstbewusstsein zu legte als schicht vielleicht sogar als bewegung mit unterschiedlichen namen war für die europäische bohem der die nationalsozialistische macht übernahme ein markantes datum ja würde ich sagen und also ich würde sagen es ist eigentlich eine eine gesellschaft eine freie gesellschaft erlaubt eine bessere bohemden man heute in russland kann man vielleicht untergrund machen samistat irgendwie oder in china und und in den nationalsozialismus auch viele sind weggegangen aber ich denke eine gesellschaft ist eben stärker wenn sie die künstler ermuntert zum wilden denken und 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 das jetzt mein politischer impetus also die heutige gesellschaft muss eben schauen dass es nach wie vor solche menschen geben kann und und in vielen ländern leider in immer mehr ländern ist es nicht mehr möglich und das macht mich macht mir sorg würdest du sagen dass die ideen also die moves also man könnte sagen ja die gesellschaftlichen moves der bohem in den unseren heutigen tagen weiterhin gut aufgehoben sind ja ich denke es ist es ist ein bisschen wie das salz in der suppe ich glaube diese gesellschaftlichen moves die braucht es braucht vielleicht auch leute die mal über die stränge schlagen die 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 eine wilde diese diese von der digitalen bohem oder irgendwas anders in die welt setzen sie ist dann nicht voll bestätigt aber aber so es braucht einfach diese farbtupfer das glaube ich und letztlich ich weiß nicht ob man das beweisen kann aber ich glaube das ist auch eine stärke unserer gesellschaft dass sie diese kreativen leute halt irgendwie besser inkorporiert als als jetzt die sowjetunion oder einfach sehr sehr strikte systeme das ist meine hoffnung dass sie letztlich verlieren weil sie die fantasien der menschen nicht für sich nützen können ich vielleicht darf nicht jetzt der weltlauf lügen und alles geht in bach und eigentlich denke ich wir müssen ein gesellschaftsmodell verteidigen dass eben das dieses deviant noch zulässt also das ist für mich eine klare politische haltung aber das deviant ist doch hoch erwünscht also das wird ja nachgerade abgefordert sei abweichend kreier dich selber also das ist ja beinahe in so ein ich mag das wort normalerweise nicht in so ein in so in so konzepte von liberal liberalen selbstbildung eingegangen ja irgendwie schon natürlich irgendwie schon aber was wird was wird das gegenbild ist heute natürlich die frage wo bleibt wenn alle für sich selbst schauen der gemein sind oder wo wir wo kann man sich noch unterordnen oder ein gemeinsames projekt finden das denke ich ist ist eher das thema dass die leute irgendwie was selbst denken und und leben wie sie möchten das finde ich gut aber vielleicht müsste man sich auch überleben überlegen was wie wollen wir dann zusammenleben dass das alle das können und wie können wir unser modell verteidigen also es ist natürlich so dass das vielleicht dieses auseinandestrebende irgendwie auch nicht so attraktiv ist und das jetzt in der schweiz die svp in deutschland die afd so stark wird ist halt vielleicht auch damit zu begründen dass das eigentlich so feste anker fehlen und so dieses anything is possible so irgendwie auch angst machen kann aber ich glaube trotzdem man muss das verteidigen das ist ja schon in die schlussgrade über dies aber lass mich das politisch noch mal anschließen ihr habt doch in der schweiz gerade ein sensationelles plebiszit hinter euch gebracht ja ja daran warst du glaube ich mit beteiligt dass drei die dreizehnte rente im jahr ist jetzt unbedingt plebiszitär gewünscht und jetzt muss ich die politische sphäre in bern damit auseinandersetzen ist das ein gedanke an dreizehnte rente im jahr das an den die bohem ein gedanken verschwendet hätte nein denke ich eben nicht unbedingt weil rente ist ja per se eher etwas so von regelstart und das jetzt eher etwas was die bohem denkt nicht unbedingt so bin in versorgungs ideen und und rente heißt ja einstur du arbeitest du arbeitest du gibst deine beiträge ab und am schluss bekommst du dafür was und jetzt hat die schweiz zugestimmt 13 hv also dreizehnte rente heißt 8,3 prozent mehr und und die linke allein hätte das ja nicht geschafft sondern es war eben ein gefühl dass man für alles andere auch geld hat aber für die eigenen leute vielleicht zu wenig und deshalb gab es jetzt mehr und ich denke ich habe mich gefreut aber die bohemiens ich glaube eher nicht dass es für sie jetzt extrem wichtig gewesen wäre Andreas meine letzte frage was hast du für deinen eigenen lebensstil von der beschäftigung mit dem bohemian und bohemian gelernt ich glaube man muss im kopf frei bleiben das habe ich gelernt man muss muss man ja auch als bürgermeister der ich noch nebenan bin man muss mit verschiedenen leuten können und verschiedene leuten haben bringen verschiedenes mit man muss offen auf die leute zu gehen und wenn jemand auf die gemeinde kommt in die sprechstunde mit dem anliegen ist es für mich auch wichtig aber wenn ich irgendeinen wilden bohemian oder eine frau aus 19 jahrhundert sehe also ich bin generell an menschen interessiert und und ich habe das gelernt dass ich wie ich möchte tolerant sein oder nicht nur tolerant also ich möchte es nicht nur tolerieren sondern ich respektieren was ich verschiedene lebensstile und das das interessiert mich ich habe mich einfach auch immer für diese art von leuten interessiert Andreas ich danke dir sehr ich hoffe liebes publikum sie haben einen eindruck also von diesem wunderbaren buch erhalten freiheit rausch und schwarze katzen eine geschichte der bohemian das cover sieht übrigens auch schon fast bohemistisch aus so ein bisschen ja das ist ja eine gewerbung ist ja es ist man sieht also mein schönstes buch glaube ich schon aus und es ist auch gewichtig also es ist fühlt sich auch nicht wirklich wie leichtgewichtsware an liebes publikum wir bedanken und zwar andrea schwab bei ihnen fürs zuschauen also ob jetzt oder später in der konserve und wir haben den nächsten taz talk über morgen das ist dann live in der taz kantine und im stream ein taz talk über wertstoffe aus dem klo es gibt so viele themen die wir verhandeln und dann geht es am 7 dritten siebten märz weiter ebenfalls in der kantine und im stream frauen gegen rechte das ist mit unseren chefredakteurinnen ulrike winkelmann und katrin gottschalk am vorabend des internationalen frauentags sprechen sie an dem tag werden wir ja mit einer sehr sehr starken frauen ausgabe erscheinen und dann geht es weiter am 21. märz bis 24 märz von 10 bis 18 uhr besuchen sie uns live auf der buchmesse und im stream auf der buchmesse leipzig da werden viele kolleginnen und kollegen von mir wunderbare autoren und autorinnen moderieren ich selber werde an dem samstag dabei sein und jetzt ansonsten danke für ihre fragen danke peter rohrmann für das technische und zuschauer ombudshafte dirigat im hintergrund adieu und einen schönen abend dankeschön andreas adieu danke tschüss tschüss